Das ist ein toller Sound, ein tolles Ambiente und ich glaube, wir haben es geschafft mit den zwei, wie heißt die, hast du gesagt, die Kügel? Die Riegel, die Riegel, architektonische Meisterleistung. Ja, es ist schön, dass sich trotzdem in das Ambiente, was ja auch hier Weltkulturerbe mäßig total geil aussieht, einpasst, nichts zu zerstören, den Flair zu erhalten und von dem Spirit was mitzunehmen in die Jetzt-Zeit. Und trotzdem sind eben die Anlagen für die Künstler eben topmodern, alles was der Künstler braucht von uns, die wir seit 30 Jahren auch in diesem Geschäftserfahrung haben, haben wir hier umgesetzt, um Leuten wie uns einen tollen Platz zu geben in einer Halle, die es eben hier in der Gegend nicht gibt, mit 3500 Leuten, 3600, einfach ein Zuhause zu schaffen. Hiermit erklären wir die Bausteine Music Hall offiziell für eröffnet. Weitere Musik Hall offiziell für eröffnet. Wo? 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 Vielen Dank.